Back so soon. I knew you would not falter. The more you play, the more I wonder. The suit of scales are represented by these lizard men. What do you think? When it's nothing. And then we're going to go in the normal mode. Okay. You're done. You have taken one of my symbols, but now we begin to play in Arnis. My scepter is at stake, and I do not intend to lose it. Aha. Jetzt können wir also dein Scepter abgreifen. Na, dann misch mal schön. Misch uns vor allen Dingen was Gutes hin. Vor allen Dingen wäre es schön, wenn wir die Frostklinge wieder hätten. Die war toll. Frostklinge mag ich. I have saved the lizard men for now, but the stakes have been raised. Blödes. Ja, ja, ja. Blödes, verfluchtes Glück. Oh, schon geht, geht schon wieder einen neuen Kader an. Na dann. Ja, ja. In einer dunklen, mondlosen Nacht begegne ich auf einer einsamen Straße einem verhüllten Fremden. Sei gegrüßt, Freund. Ich benötige etwas Nahrung. Na ja, von mir aus. Wie viel denn? Der Fremde bewegt sich mit unnatürlicher Geschwindigkeit, backt mich mit eisernem Griff und beißt mir in den Hals. Nach einigen Sekunden lässt er mich wieder los. Hab Dank, spricht er und überreicht mir das Gold, nachdem ich meine Fassung wiedererlangt habe. Ein Vampir. Mein Hunger ist noch nicht gestellt. Möchtest du noch mehr Gold? Nö, nö. Nö, 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 nö. Wie du wünschst, meint der Fremde und verschwindet in den Schatten. Aha. Das merke ich mir doch gar nicht alles, die ganzen Karten hier. Nächster. Schon wieder eine neue? Oh Gott. So oft ist das, wie die Geschichte endet, oder? The hero tries, the hero dies. Their memory is celebrated, but they are lost. Hm. The hero tries, the hero dies. Ich komme an einer Beerdigung vorbei, aus dessen Größe ersichtlich ist, daß der Verstorbene ein großer Abenteurer war. Ich werde von einem der Geistlichen angesprochen. Nee, von einem Geistlichen. Dieser große Held fiel bei der Verteidigung unserer glorreichen Stadt Wanderbad. Sein Schwert und Schild sind mächtige Artefakte, doch sie müssen zurückgebracht werden, damit sie gebührende Grabrieten vollzogen werden können. Ja, von mir aus. Vielen Dank. Äh, halt. Vielen Dank. Das bedeutet seiner Familie sehr viel. Die Stadt hätte rebelliert, wenn sie seine Ausrüstung nicht zurück bekäme. Es wäre seiner Heimatstadt gegenüber nicht fair. Suche den Geistlichen der Stadt auf, wenn du dort ankommst. Keinen Gegenangriff. Äh, das ist... Das weiß ich nicht. Wir probieren's mal. Nee, ähm, nein, eigentlich nicht. Schmerzdrücker, die Beterste, um einen zerstörischen Schlüssel zu versuchen. Der Schaden steigt. Die Beterste drücke ich sehr... Nicht sehr häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und? Beile dich. Es ist unklug, die Geister der Toten zu verärgern, indem man ihre gebührenden letzten Rieden zu lange aufschiebt. Die Börde nach fünf Schritt... 50 Prozent. Oh, danke. Mist. Vom Erdschirm wieder. Die Rückkehr des Helden. Na gut. Ah. Ach, die Mite. Apropos Mite. Nee, ich brauch mal Rationen diesmal. Tut mir leid. Ich hätt gerne das verlängerte Leben, aber... Ich brauch wirklich Rationen. Fünf ist in Ordnung. Ich bin sicher, dass du dich dankbar bist. Ach, einer. Ein bisschen Essen. Nicht ein großer Veränderung, aber genug, um die Rationen ein bisschen zu verändern. Ach so. Das hab ich ja gesehen. Das ist zurück. Ja, wollen wir schauen, was das ist, ne? Ist ja neu. Ich erreiche Wunderbart, die Heimatstadt des toten Abenteurers. Der Geistliche der Stadt, der begrüßt mich. Er scheint wacher zu stehen. Ich werde mal das Schwert zurückgeben. Hab Dank. Diese Klinge wird nun wieder mit gerechtem Zorn geschwungen. Hast du auch das Schild? Natürlich hier, bitteschön. Wahrlich, indem du dieses Schild zurückgebracht hast, hast du das Werk des Allmächtigen vollbracht. Hab Dank. Gesegnet sind wir, die gut beschützt, diejenigen niederstrecken können, die sich gegen uns versündigen. Ich finde, so Segenskarten sind nicht schlecht. Und Tode, den Schilder, für den allein denselben Schaden. Ist gut. Wann immer der Spieler von einem Fernangriff besteht, die Chance ist, das ist super, dass der auch betäubt wird. Und ich bekomme noch das Dingsbumster. So, zurück. Und raus. Aus diesem Labyrinth. Nee, aus diesem Abenteurer. Aus dieser Sektion. Die Schlucht des Todes, Mannes. Mist. Ich glaube, die ist schlecht, ne? Das sollten wir nicht hin. Ah, ein Hinterhalt. Zwei, zwei, okay. So, ihr wisst, ich muss mich immer... Ich muss wenig... Ich kann nur wenig sprechen, während ich hier kämpfe. Und mal schauen, ne? Oh. Mist. Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, das wollte ich eigentlich auch nicht. Ja. Hallo, halt! Ah, den habe ich nicht gesehen. Den Schlag habe ich nicht kommen sehen. Ich habe wieder gesprochen, ne? Ihr habt es gemerkt. Und sobald man spricht... ...ist es doof. Naja. Zehn Gesundheit. Wenn du gesundst, dann werde ich es leichter nehmen. Fünf Rationen ist noch super. Das könnte wirklich sehr übel enden. Ich ahne, ahne, ahne Schlimmes. Ja, manchmal kann ich ja überspringen. Aber ich finde es immer so cool, wenn er sich hier ausrüstet. Und dann kann ich mich auch so seelisch und mental drauf vorbereiten, was du? Ah, bin ich reingerannt. Gut, wir müssen uns aus der Reichweite dieses Idioten, müssen wir uns raushalten. Au! Oh, der hat mich jetzt so richtig... Verdammt, ich habe... Ich bekomme die grünen nicht hin, ne? Verdammt, ich kriege... Ah, Mist. Au! Weg! Das sind viele, ne? Ah! Direkt nochmal... ...nochmal rein. Das war nicht gut. Au! Na, weg! Weg, weg, weg! Nid! Ich soll doch weg! Oh, ich habe das rote... Nicht! Oh, dreimal... Nein! Der ist immer zu rot. Nein, ich kann gar nicht... Ich kann gar nicht... Ich kann gar nicht... Das ist ja immer zu rot. War heute eine kurze Folge, ne? Hm. Tut mir leid. War heute eine sehr kurze Folge. Ja, das... Das letzte Mal ist so schön gelaufen, ne? Naja, wollen wir mal schauen. Kann ja nicht immer gut laufen, ne? So, jetzt haben wir 10 Gold. Kriegsschrei. Okay. Ja, war heute nicht gut drauf. Jetzt sehen wir... Schauen wir mal, wie es das nächste Mal wird. Wie gesagt, das nächste Mal lassen wir es nochmal auf schwer. Und dann machen wir es wieder auf schwer und dann auf leicht. Also, praktisch die nächsten zwei Folgen, Donnerstag, Freitag, nochmal schwer. Und dann wieder die nächste Folge schwer und dann nicht leicht, sondern normal haben wir es ja gemacht, ne? Wenn es dann nichts wird, also wenn ich viermal hintereinander versage, dann... Oder dreimal was dann? Ne, viermal dann, ne? Dann, ähm... Dann mag ich dann auch nicht mehr. Okay, dann... Ciao, ciao für heute!